Die Bürgerweide in Borgfelde um 1906 Moin, das ist Hamburg damals. Der Kanal, wenn es um die Geschichte der Stadt Hamburg geht. Abonniere uns am besten sofort und like und kommentiere das Video. Wir blicken in Richtung Landwehr und Burgstraße. Wir stehen vermutlich an der Ecke zur Elise-Averdick-Straße. Im Hintergrund können wir eine Straßenbahn erkennen. Die Häuser stehen heute nicht mehr. Heute ist die Bürgerweide eine sechsspurige Straße mit einem begrünten Mittelstreifen. Den Namen hat die Straße von den damals hier gelegenen Viehweiden. Ab 1868 hieß die Straße zunächst an der Bürgerweide, bevor der Name 1899 auf Bürgerweide verkürzt wurde. Seit der Toröffnung 1860 wurde das Gebiet als Stadterweiterungsgebiet erschlossen. An der Nordseite stehen noch heute einige historische Gebäude aus dem 19. Jahrhundert, welche zu diversen Stiften gehören. Auf diesem Kanal findest du täglich Einblicke in die hamburgische Geschichte. Abonniere uns, schere und like das Video.